willkommen zurück minecraft mit prof und hoffentlich irgendwann mal die wenn er dann noch dazu kommt ja ich muss gar nicht kommen ich glaube ich hole mir schon mal ich hole schon mal ein bisschen holz damit ich meinen bestraften kann und so weiter das war das war mal hier überlebensfähig sind es wird nicht lange dauern dann wird es nachts also wir brauchen sechs holz und sechs schaf in den dreien holz und drei schaf wollen das einzige was wir aktuell wenn wir sterben ist halt ein bisschen xp aber das macht es jetzt nicht aus der spawn ist ja direkt hier ja trotzdem möchte ungern sterben das ist ja noch kurz mal versuchen bett zu machen so siehst du irgendwo schafe prof ich boxe nur gerade ein schwein das scharf sehe ich jetzt so direkt nicht scharf das habe ich auf meiner welt auch eine weile gebraucht runter einfach den download button klicken vielleicht und welche taste welche taste ist eigentlich die günstaste muss steuerung links bitte was also control steuerung links und ach so sehr schön ok ja bei edition für 23 95 südkoreanische währung kaufen keine ahnung was es in euro ist ich auch nicht ich besitze das doch meine schaf jetzt bräuchten wir bloß eine schere weil sonst hat sich das mit dem schaf das erste sehr schnell wieder machen wir können das doch töten ja aber dann kriegen wir nur ein wolle raus und das war das erste hast du eine schere na dann müssen wir weitere schafe suchen ich will auf diesen berg ich will schafe finden schließe sich gegenseitig ja nicht aus ich habe schaf ein etwas abgesoffenes never portal jetzt schon dazu sind wir noch nicht bereit ja würde ich auch behaupten das ist ein lama hallo lama das ist ein schaf und das schaf hier ist noch ein bisschen ganz scharf herde das schaf kann ich gemacht oder haben wir einen körper hier in der nähe ich bin mir ein bisschen vorne mit eine ganze herde war doch untertrieben übertrieben ich schille am berg und grab mal ein bisschen rein und es wird dunkel eisen kriege stone age hast du kriegt ok kommen wir zu dir zurück ich glaube dort drüben war es oder ich bin hier bei dem komisch geformten berg jetzt wie kann ich dich denn wie kann ich dich dann finden gibt es irgendwie einen wegweiser der mich zu dir führt oder ne guck einfach den bescheuert aussehenden berg an du kannst den server hochstellen auf eine render reichweite von 15 chunks von daher ich bin im endeffekt unter diesem plateau und es wird langsam dunkel wir sollten mal unser dürter ausbauen ist noch ein schaf wie viel wie viel wolle hast du schon ich habe genau null wolle ich habe kein einziges schaf ok ich habe jetzt fünf wolle dann kann ich dir musst du noch eins finden ich kann dir was abgeben oder im zweifelzeit erst mal kurz ich lefte und du penst ich habe hier fünf wolle das ist ich kann dir ja warte droppen llamas auch wolle ich habe ein zombie hinter mir ich müsste mal langsam ich müsste mir mal eine werkbank machen Lama blägt Hilfe Lama lauft will meine Wolle nicht verlieren weiter nicht die Wolle nein 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 update ich habe herausgefunden wie man den minecraft da unten drunter lässt und angeblich sollen die alten daten noch funktionieren na dann viel gut also es könnte sein dass ich reinkomme potenziell aber ich kann ja auch nicht schlafen selbst wenn ich ihn nicht benutzt habe oh verdammt jetzt ist es zu lustig hier ok hier kann ich bestimmt na eben hier sind Zombies in der Nähe dann kann ich bestimmt auch mal mit E lecker rohes Schweinefleisch ich habe nur Rezepte schon wieder ein Zombie hey Zombie ob es sich mal lohnen würde auf Minecraft äh auf auf Twitch mal eben auf Minecraft umzustellen Minecraft lohnt sich auf Twitch immer ja kann ich das gleich mal machen aber ich meine Leidenschaft nicht ok das ist schlecht wo kann ich denn hier craften wie funktioniert eine Crafting Table ja aber wie E drücken ich muss erstmal ein Crafting Table machen ja ach so so geht so geht ja sehr schön sehr schön sehr schön zwischen Crafting Table ok ich stell grad mal nee Kanal reden will ich nicht haaa ich hab's raus gefunden hurra und yo yo ich kann's benutzen jetzt ruhig nur ist mein alter Skin noch geladen ja ist tatsächlich geladen ey schlisch es leeg ok so 2 im first spielt jetzt mein craft hurra so ich kann mir jetzt endlich mal ein bed craften extra Packs noch drin wahrscheinlich ok wir waren auf der neuesten Version der 1.16.5 oder? genau jo dann komm ich rein und ich hab ein Bett sehr schön das ist ja sogar noch installiert ja der Scheiß ist der Scheiß setzt sich warum zum Fick hab ich grad Steinschufe gemacht der Scheiß setzt sich ja selbstständig fest unter Punkt Minecraft in App Data so toff da war's nicht aber aber da ist direkt Punkt alle Ordner die mit Punkt anfangen werden vom System versteckt als ob ich nicht die versteckten Orte eingeblendet hab bei mir meine Fresse ja offensichtlich scheinbar nicht ähm ich hab jetzt ein Bett gemacht ähm wir haben noch keine Beds wo durch mein Beds irgendwie äh leg dich hin ich geh kurz raus geht jetzt ah modi ist schon drin ne böser nicht ok ich kann mich hier nicht hinlegen ich muss hier äh Sekunde ne ne jetzt hab ich geschlafen gut ich komm wieder rein Sekunde Sekunde hab noch nicht fertig geschlafen ups na dann geh ich wieder raus na dann geh ich wieder raus so da bin ich ist Tag sehr schön jetzt mach dir trotzdem mein Beds damit wir gemeinsam schlafen können oh 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 ich hab hier zwei Wolle noch komm zu mir ich geb dir die zwei Wolle dann musst du noch ein Schaf töten what the fuck Prof wo bist du lalalala wie gesagt am Berg am oberen Teil ich geh bei nem Zombie verdammt ach der Zombie das das feststehendste Orientierungsobjekt in dieser Welt ja genau da weiter nichts ist dann gehe ich mal schnell zum zorn wieder bewegt sich jetzt hier und ich habe ein feierbart gefunden hallo krippe sollten wir hier mal vielleicht eine waffe machen wie ging das noch mal hier ein schwert ein holzschwert ich habe mir gerade ein spielzeug schwert kann ich damit schon mal mich ein bisschen verteidigen bank so bist du also drüben am berg ich boxe gerade eine spinne suchte die man noch ein schaf damit in den wett machen kannst es hilft nichts wenn mir gerade eine spinne ich versucht anzufallen guck mal wie kann ich das wegwerfen so werfen kannst du mit kuh und kannst du die wolle abbauen oder ja dass du zwei wollen holz hast du ja ein bisschen eine spitzhacke soll ich mir finde ich auch mal machen das vielleicht auch nicht verkehrt ein bisschen stein brauchst dann kannst du dir die holzstack gesparten ich bin tatsächlich drin hast du hast du stein für mich das war die spitzhacke jetzt ist meine kaputt so kaputt ist jetzt auch noch nicht verdammt ich versuche das inventar mit ich kann mir auch eine eigene basteln wenn ich jetzt hier nicht genug stein sammler kann ich hier eine eigene meine eigene stein spitzhacke machen so dass das 32 fackeln perfekt fachen ist keine schlechte idee machen wir schwer wie läuft's also ich bin theoretisch drin ich gucke gerade ob ich nicht bezeichne texture pack rein packt bei mir ach ich spiel war nicht noch ich auch jetzt brauchst du jetzt wert ich habe den steinschwert so wie hat man auf die fern installiert hier als zwerg würde doch eine axt viel besser stehen die ist ja mein kopf leider relativ unnütze sie macht sogar ein bisschen mehr schaden als werkzeuge einzelne gegner aus dem habe ich nur habe ich meine axt auf dem rücken mit der westen braucht es hält ja niemand davon ab mehrere äxte zu haben das hier jetzt sondiert konnte man nicht äxte auch auf beiden händen haben ja natürlich so wo konnte man noch mal optifine unterladen hier wichtigen dinge ich weigere mich ohne optifine zu spielen haha ok das ist dein ding weithändig äxte ok ich musste erstmal hoch ok ich habe äxte sehr schön kohle 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 äxte 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 jetzt habe ich eine spitze abgeworfen ich hab mir auch noch ein bisschen kohle ich den scheiß ich hab mir gleich noch ein bisschen den wald unten abholzen ja hol dir wolle von einem schaf zeit fürs wald sterben und hol dir holz mach den bett ach am holz soll es ja nicht mangeln aber ein schaf brauchst du noch such dir noch ein schaf zwei Wolle hast du ja schon so so was jetzt kann ich jetzt auch gucken ich kann mir kohleblöcke machen der prof hat spaß so was kann ich denn hier kann ich mir fackeln machen ne kann ich noch nicht habe ich das rezept noch nicht für doch hier habe ich du kannst ja alles direkt ohne rezept machen solange du die teile dafür hast ja die teile dafür kommt auch direkt das ich hab vier fackeln das rezept auch noch oder wenn man äh nicht unbedingt aber ich bin mir nicht mehr sicher ich kann eine volle bauen holz 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 ist das hier nicht richtig untergeladen oder was du hast in dem falschen ordner gesprächert es hat in den falschen ordner gesprächert anscheinend ein boot schwerer seufzer ich hab ein boot hey prof ich komme mal zu dir ich reiße gerade den wald ab und pflanze ihn dann nach wo bist du direkt der wald unterhalb von den höhlen ok da wo gerade bäume verschwinden warte ich komme zu dir unter bilder gespeichert ok cool wo sonst wo sonst sollten downloads hingehen denk doch mal ich habe ein boot es ist doch schön dass man sich damit auch auf dem land bewegen kann ja und will der giant füllen nicht vergessen die wichtigen dinge im leben das müsste ich mal in den fünf öffnen oh oh der 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 hier was pumpkin ja die wichtigen dinge ist selten hier in minecraft den man ja von grunk weiß oh ich kann pumpkinkuchen machen mir fällt gerade das deutsche wortsam für mich ein wie heißt denn kürbis kürbis hast du nicht so dass du kein englisch sprechen kannst jetzt verlierst du auch noch deutsch oder was ja manchmal kann ich auch kein deutsch sprechen oh ich habe hier noch einen kaffee stehen manchmal scheitert man an beiden gleichzeitig ich kenne das Gefühl oder man vergisst auf beiden seiten gleichzeitig was und macht dann den glisch draus prof hol dir scharf hol dir ein scharf du musst dir ein netz machen ich habe es nicht so eilig puh das hier dauert jetzt ein bisschen ich sag mal deine sticks auf sticks and stones may break my bones but trees will never hurt me ich habe mich ausgestiegen zeig mal dein skin du hast du siehst ach du bist der prof du bist der ja das ding ist noch aus der zeit wo ich auch wirklich der prof hieß ich mir fiel kein kein skin ein für ic rikos also es ist immer noch der alte okay ich habe einen für meinen anderen minecraft account maroon da habe ich halt einfach ein waschbärg avatar den ich mir selbst zusammen gepuzzelt habe ich finde mein skin sehr schön das passt ich habe ja eigentlich wenig dran gemacht nur die krone und die die perlen die ich in bad gemacht habe und die details halt das ist das muster habe ich genommen das gab es ja schon ich habe ja schon ich habe es ist ja nicht ganz auf meinen miss gemacht gewachsen ja gut ich gehe jetzt meinen namen töten aus der führten börsen perspektive nein zu spät gute arbeit ist aus der führten perspektive ein bisschen schwierig aber es geht solange du es nicht aus der frontansicht machst ich gehe jetzt minecraft einfach für börsen das wird es einfach die das ernsthaft machen dann kann man seinen schönen skin sehen ich glaube war das nicht ein in minecraft faro und so war das nicht auch in vierten börsen gespielt immer damit damit siehst wer die keine ahnung friendly fire ist aus verdammt es wird nacht prof ja es passiert dazu neigen die tage und hast immer noch kein bett ja so sieht es aus du musst dir wieder riefen damit ich schlafen kann oder was hier ist nur jetzt schwer ich brauche mir mein dürter haus viel spaß ein dreckshaus du musst nur einen geeigneten platz dafür finden wo nicht so viele bei mir stehen dann können mich die kippe nicht zerstören ja ich weiß die kippe können mich auch zerstören ich habe mich zumindest ein bisschen vor zombies geschützt und so ich will das plateau mal leer machen damit sie in hohen passt hast du es bald mori ja es hat das falsche programm ausgewählt gehabt so easy installiert hat er gerade versucht optifine in windows rein zu patchen damit windows besser aussieht ne ich hatte ich hab's mit meinem zip programm öffnet statt mit java was machst du hier mit deinen fucken optifine hat doch einen fucking installer der installer läuft aber muss man aber mit java starten ist ja fast so als ob minecraft java braucht so ja ich weiß aber es ist halt standardmäßig das andere scheiß programm ausgewählt ich hab's nicht gemerkt so jetzt habe ich optifine drehe jetzt brauche ich noch einen kurzen shader und er ist gut mensch modi du nimmst doch nicht auf oder was du nimmst doch auf ich bin doch nicht mal bei euch wozu brauchst du denn optifine und shader wenn du nicht aufnimmst wozu brauchst du shader wenn du nicht aufnimmst wenn es so dumm ist so äh stein feuer 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 stein 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 oh ich sollte mal was essen das ist gar nicht das wäre glaube ich nicht verkehrt ich habe hier noch wow matten so aus der 10.5 das gibt's für shader oh god ey wie knapp du und deine shader ich hatte ich drin ich wollte ich erlebe minecraft pur ich glaube den hatte ich drin ich glaube das ist nicht die beste idee einen stein mit einem stein abzubauen wenn was so ist wie sollte man die perspektive wechseln das lässt sich besser bauen ich will auf die scheiß download ab sehr schön es ist der rechte der sich dauernd im kreis bewegt ach der leuchtende ne der über drei meter hin und her schwingt ach der ok natürlich denk doch mal mit was mach ich eigentlich noch als abendessen so jetzt will ich nur noch rausfinden wo es den shaker rein du hast ein haus aus dreck du hast ein haus aus dreck und rat mal was da drin ist äh schmutz sorry reflex mir fehlt ein bisschen dreck ich brauche noch ein bisschen dreck hier und hier ich will sowieso den scheiß hier unten ein ebnen für eine baumfarm aber nicht da wo ich mein Dirt raus baue oder ist der richtige da logischerweise nicht weil da ist kein Dirt doch außer deinem haus ich tue da gerade ich packe da gerade dorthin nur siebst an noch zahle weil ich ne gelbe lume geholt habe prof blümchen ein blümchen oh gott verdammt ich liebe es dass minecraft gerade halt einfach jeden scheiß kommentiert ja du hast ein blümchen gefunden hab's immer noch auf schweizerdeutsch und jetzt kommt äh ich hab da so Audio-Kommentare drin im Endeffekt der mir anzeigt aus welche Richtung welches Geräusch kommt und der Kram ist auch komplett auf schweizerdeutsch ich krieg ich krieg jetzt für jeden Stein den ich aufhebe ein Tutorial da hast ein neues Rezept freigeschaltet jetzt kannst du hast 50 neue Sachen bauen meine Fresse hier gehen so ziemlich alle Sachen schief die schief gehen können gerade die Rezepte schaltest ja nicht wirklich frei du hast bloß einfach das Buch wird ausgefüllt nein 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 ich hab was hinter mir ein Zombie lass mich Minecraft hält dich ja absolut nichts davon ab absolute Endlevel Gegenstände schon am Anfang herzustellen wenn du die Materialien hast ich schlafe mich gerade mit dem Zombie ich schlafe mich gerade mit dem Zombie ich bin die Monster geschlossen oh Advanced Mate Monster Hunter ich hab gerade mal schief mein Falschert ich hab gerade mal schief mein Falschert jetzt haut doch ab dir die verdammten Zombies hier ich muss mein Haus endlich mal fertig kriegen damit die Zombies hier nicht einfügen okay cool jetzt hab ich gesehen ich hab drüber nachdenken das ganze aus Holz zu bauen weil Creeper ignorieren Dirt wenn du auf der einen Seite bist und zwischen dir und dem Creeper Dirt ist dann wird der Creeper trotzdem hoch gehen aha so jetzt hoffe ich dass das Spiel durchhält wenn ich Shader aktivier und währenddessen suche ich mir jetzt einen scheiß Text Shopping du sollst dir mal ein Bett machen drauf mach dir endlich ein Bett ich will schlafen hier ich hab keinen Bock auf Nacht die Jugend heutzutage Prof mach dir verdammt nochmal ein Bett da 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 wenn du schon dort holst dann bau wenigstens den Berg ab also den hier welchen? der auf dem ich gerade stehe und den Holzbau absammeln okay oder da ist es schon nach mit nacht mit nacht wo ist der mond da drüben ist ja ist es bist du denn nur motor nach oben da braucht man nicht wirklich die uhr die uhr ist so mit abstand der unnötigsten gegenstände im spiel und wie spät ist es fast schon morgen oder man sieht den mond noch und es ist noch kein sonnenaufgang in sicht aber im mond nähert sich dem horizont das dauert noch ein weichen das ist nicht mehr so lange jetzt fängt gerade an der sonne aufzugehen ist ja schon was wollte ich gerade machen nachher stimmen schaufeln ich sehe den sonnenaufgang schon wieder so dreckig und es kommt zu mir hoch weil es ist doch nicht wahr das hatte ich ganz gut und kümmern du dich um das ding das trägt weil du es bist ich hoffe mit der axt ein bisschen auf dem schädel schon ein bisschen dort und hat zum fleisch sehr schön hat geschmeckt dönerfleisch ich mal eben die serveradresse rechost.de schön jetzt ist es nicht vorlesen weil das ist in meinem stream auf du musst glaube ich mal sperren weil sonst ist das in meinem stream zu hören ja man kann ja jeder reinkommen in welchem chat steht es sonst glaube ich trotzdem mal sperren falls es versehen nicht mal anzeigen oder so ich gucke gerade nicht. Der server hat fünf slots. Das könntest du gerne versuchen. 10